So, da sind wir schon! Vor uns sehen wir den Wunderhüpfen Reinhard, den tankigsten Tank, den es gibt. Ja, er ist der tankigste Tank, den es gibt. Zumindest stelle ich mir so vor. Warum? Zeige ich euch jetzt. Also, erst einmal, er ist riesig! Riesig! Und er ist der Einzige, der, glaube ich, der beste Einzige der richtige Nackt gemacht hat, oder? Oder? Guck mal, die wird laufen. Die laufen richtig stark. Dann kann er das hier... Damit macht der Gegner Platz. Also er macht praktisch ein... Und... Guck, diese Kili nach vorne bringt! Ganz weit nach vorne! Dann kann er noch... Roboter, Wolltas, 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 Wolltas. Kann er einen Fire-Off-Satz abgeben? Ja... Aber... Du hast... Er kann das... Er kann das hier... Er kann das hier aufbauen. Um das zu Gott nicht zu sehen. Also, wenn jemand den Platz anzunehmen... Das ist... Das ist... Dafür ist... Das steht, ob... Davon abgesehen kann... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Hm... Ja... Jetzt gucken wir mal, wie ich mich hier rum einschlage. Ich habe mit Reinhard bisher noch... ...eine... Und... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist der Raum! Äh... Eigentlich nur... Aber... Es war einsterkern... Es macht Spaß hier! Egal, äh, wir sehen uns also gleich im Met-Party. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Upper Barts. Heute machen wir mit dem zweiten Tank mit dem Reinhard weiter. Und dann würde ich sagen, fackeln wir nicht lange. So, da sind wir wieder. Auf nach Lijang Town. Lijang Town. Lijang, das muss ich ja mal machen. Ja. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Sehr schön, wir kommen mitten in ein tolles Matriktangriff. Sehr schön. Hm. Kannst du erst mal die Zeit ausstehen? Was ist die Schwierigkeit der Reinhard eigentlich? Der ist leicht. Ja. Wie gesagt, Kidnapper ist aber cool. Jetzt kann ich da hin. Geht davon klar. Na, das sieht ziemlich ausgeglichen aus. Mercy ist immer geil. Das ist übrigens das Wichtigste. Ich bin auch nicht mehr ganz der Jüngste. Fantastisch. Ich bin auch nicht mehr ganz der Jüngste. Ich bin auch nicht mehr ganz der Jüngste. Fantastisch. Fantastisch, diese Reinhardt. Geht hinter mir entdecken! Hislay auszutauschteschreitzil. Gr Dem aside. Und wo� sind die Gegner? Ich nehme den Punkt. Er ist noch dabei. Team wurde muerte. Das ist das aber nicht, Levers ... Yankei! Hey Silvers, komm! Ich denke, ich muss da rein gehen und das Feuerding. Komm, heil mich! Ja, das geht jetzt auch nicht mehr. Na, warte! Nein, ich hab's nicht hinbekommen. Ah, ich hab's nicht besser. Denking! Ich kann nicht mehr denken. Ich bin nur so gefährlich. Achtung, voll mit Feuer! Oh! Das war ja echt scheiße von mir. Das hab ich mir nicht gesehen. Hm, schön. Er war gestorben. Ja, das ist noch nicht besser. Das ist noch nicht besser. Das werde ich morgen früh ganz bestimmt spielen. Ach, hör! Nicht auf! Hm. Leck auf! Ah! Oh! Au! Hey! Voll gemein! Voll gemein! Also, wer merkt, ich bin nicht guter als Tank. Ich bin nicht guter als Tank. Das hat sich immer guter. Ich muss einfach leben. Und dafür ist auch gut. Was soll das tun? Was haben wir jetzt? Kampfeinsamkeit. Wink! Oh, das ist ja digital. Ich werde so... Ich werde so... Ich werde so... Ich werde so... ...kirkt ein... ...zuschakschen. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. Was ist das? Momentchen. Ich bin echt scheiße. Ich mag Reinhardt nicht. Ja, geht doch manchmal. Gibt es ja nicht eigentlich so etwas wie Dr. Faden Medaille? Ja. 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 Ich habe nicht mehr den Blockenschaden. Ach, schön. Naja, egal. Vielleicht trotzdem halte ich in Ordnung. Glaub ich. So. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Genießt das Beta. Und ja. Bye. Eure Zerosia.